Path of Exile Monster Level 30 ist also beides gleich schwer oder gleich leicht, wie auch immer. Ich glaube, ich war in beiden kurz drin. Hier würden wir natürlich weitere Wege freischalten. Aber ich glaube, es ist eher besser, wenn wir erstmal in die Katakomben gehen. Ja, doch, wir machen mal die Katakomben. Das ist eine Nebenquest. Mal gucken, was wir da so finden. So, wie ihr seht, seit der letzten Folge hat sich etwas geändert. Ich habe diesen Wolfskopf. Jawohl. Ich habe ihn tatsächlich genommen und meinen alten guten Helm dafür weggegeben. Der Wolfskopf hatte ja nur einen Slot, aber ich habe mir einfach ein paar von meinen Sachen aus der Kiste genommen und habe hier zwei Slots dazu gepackt, habe die Farben ein bisschen angepasst und sogar die Verknüpfungen hingekriegt. Und jetzt ist dieser Wolfskopf meiner Meinung nach besser als der andere alte olle Helm. Und ich bin ganz zufrieden, so wie er jetzt ist. So. Genug geredet. Ähm, wir können... Wir können vielleicht so ein bisschen storymäßig uns was anhören. Ja, ja, sag mal was über Hargan, der Händler. I wouldn't rely on Hargan in a fight. And I wouldn't put too much faith in what he says. But he has one highly useful asset. His obsession with self-preservation. If Hargan deems you of use in keeping his fat self alive, he'll do almost anything for you. Okay, er sagte so viel wie, im Kampf sollte man sich nicht auf Hargan verlassen, aber er ist ein Meister darin, quasi sich selbst, also um sein Überleben zu kümmern, quasi. Und wenn er der Meinung ist, dass wir ihm nützlich sind für sein Überleben, dann tut er so ziemlich alles für uns. Na okay, das ist so halb gut, ne? Okay, Clarissa. Ähm, sag mir doch mal was zu Piety. Unsere, unsere Erdgegnerin. Halbwegs über die Welt und yet die Tide zwischen Venere und ich endure. Das war Piety's real Name, zurück in Theopolis. Bevor sie zu großartig. Venere verhielt sie Thormatogen in den Tag, ihr Körper in der Nacht. So schwerer, sie war. Enough so, um zu einer meiner besten Verkaufs zu werden. Aber Geld hat nie viel für Venere. Nein, sie war für etwas besser, nobler. Sie sagten mir, dass Leben nicht so schwer sein muss. Es ist Zeit, dass ihr das alle herausgefunden habt. Was ist das? Ich hoffe, sie hat Tolman die gleiche blöde line. Okay, also Clarissa und Piety, die kennen sich scheinbar schon sehr lange. Und Piety hieß früher Veneer und hat eigentlich immer alles dafür gemacht, um stärker zu werden. Also sie war auf jeden Fall eine von Clarissas besten Kundinnen. Hm, das ist sehr interessant. Piety's Gems. Die Blaggaards haben über Piety's precious Gems gesprochen, die mit Nachtmärchen infektiv sind. Tormund, was hat sie mit dir getan? Okay, also Tormund war, war ja ihr, äh, ihr, ihr Romeo, ne? Und den hat Piety ja getötet. Hm, und jetzt, äh, sagte sie ja vorhin, ähm, Piety hat wohl Tormund die gleichen Lügen erzählt wie ihr. Also vielleicht, äh, wollte Tormund sogar, äh, dass er an diesen Stuhl gefesselt wird und sie Experimente macht, damit er größer und mächtiger wird. Hm, äh, äh, das ist, äh, verstörend. Piety's grand future won't include the likes of you, me, or Tormund. Okay, also Piety, ähm, möchte eine großartige Zukunft für sich selbst. Sie ist scheinbar sehr machthungrig, ne? Und, äh, sie sollte wohl schon einmal verbrannt werden wegen all ihrer, äh, Dinge, die sie getan hat. Aber sie hat sich irgendwie herausgeredet, ähm, und Dominus hat sie wohl freigelassen und ihr diesen neuen Namen Piety gegeben. Vorher hieß sie ja Vinia. Hm. See you. Die böse Piety, wird da, wird sie die, äh, den, den Endkampf machen? Ist sie unser Endboss? Oder, interessanter Helm? Oder werden wir einen anderen Endboss haben? Wir wissen's nicht. Gut, äh, die Katakomben erwarten uns. Also wird Piety irgendjemanden vorschicken und dann im Endkampf, äh, entweder sterben oder fliehen? Ich meine, es ist ja ein vierter Akt geplant, ne? Es könnte sein, dass sie im Endkampf flieht. Ja. Oder wird sie selbst kämpfen? Und, ähm, tja, bevor wir sie töten können, fliehen. Oder vielleicht werden wir sie töten und jemand anders, äh, steht auf. Eine untote Piety vielleicht für Akt 4. Hm. Ich meine, hier auf Rakelast, ne, da, äh, stehen ja die Toten wieder auf, wie's so schön heißt. So, ich hab noch keine Zombies. Ach, sterbt. Sterb, 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 sterb. Oh, sterb. Also ich geh gleich in die Katakomben, keine Angst. Ich möchte nur einmal ganz schnell... äh, mir fünf Zombies besorgen. Beiden. Drei reichen wahrscheinlich schon für... für den Anfang. Ach, da hab ich was getroffen. So, meine Zombies sind voll. Hier ist irgendwas aufgestiegen. Äh, critical damage. So, auf geht's in die Katakomben, in die düsteren. So, auf geht's in die Katakomben, in die düsteren. Äh, ich hab irgendwas da gehört. So, ich hab irgendwas da gehört. Oh, irgendwie... Irgendwie ist er zaubert hier. Ganz böse Sachen, ne? Was ist das? Ah, hier sind auch Statuen. Ich will einmal ganz kurz meine Zombies... ...vermessern. Oh. Irgendjemand feuert hier irgendwas Fieses, ne? Ich will einmal ganz kurz... Ich habe ja was ganzes vergessen. Ich wollte ja aufsteigen. Ich wollte nämlich... ...hier. Minddrinker, weil mir das Mana mal so schnell ausgeht. Äh, die Frage ist, gehe ich von unten oder von oben? Weil ich möchte nämlich auch nochmal... ...Blutdrinker irgendwie... ...Intelligenz oder Dexterity? Das ist aber auch nicht schlecht. Nullification. Äh, ja, jetzt bin ich aber... ...okay. Ich muss mir das nochmal genauer überlegen. Ich glaube, ich nehme Minddrinker. Nehme das, ne? Dexterity. Ah, doch. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist ein guter Plan. 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 Das war's. Oh, ein paar Spinnen. Ich sehe Spinnen. Immer wieder mal die Zombies auffrischen. Ich sehe Spinnen. Ich sehe Spinnen. Ich sehe Spinnen. Aber die Namen unserer Tage, die in den Jahren in den Jahren gelesen werden werden. Oh, so, das haben wir, glaube ich, schon mal... Ja, das haben wir schon mal gelesen. Ich sehe Spinnen. Ich sehe Spinnen. Ich sehe Spinnen. Na, pow, pow. Na, kommen die Nächsten. No, I'm not. Ach, hier waren wir schon, ne? Ist ja mehr oder weniger der Anfang. Hier kann man sich aber auch schnell verlaufen. Ah, hier ist noch einer. Ah, halt, 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 halt. Immer die guten Gegenstände mitnehmen, ne? Ich will mal den Verkauf. Ah, wie der Spinn. Du Spinnen-Alarm. Ah, komm mal hierher, meine Zombies. Irgendwie ist das so ein komischer Raum gerade. Der scheint mir so groß zu sein. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ah. Ich hab kaum noch Zombies, ne? Fällt mir gerade auch. Ich bin gerade so ein bisschen am gucken, wo es jetzt überhaupt hier weitergehen soll. Schauen wir mal kurz. Wahrscheinlich hier unten, ne? Also da und nach rechts. So, meine Zombies, kommt. Komm, hundertprozentig gleich spinnen. Auf jeden Fall kommen viele, viele Statuen. Hallo, Spinnen. Und ja, meine Zombies gerade nichts gemacht. Das hat mich sehr verwirrt. Und ich gucke auch gerade auf die Uhrzeit. Meine Güte. Das ist mal wieder eine lange Folge, ne? Ja. Dann, äh, ich stelle mich jetzt hier hin, wo es einigermaßen sicher ist, hoffe ich. So. Gucken wir mal kurz aufs Inventar. Ah, das kann natürlich weg hier. So. Äh, viel gefunden haben wir nicht. Macht nichts. Wir, ähm, äh, haben, glaube ich, die Katakomben. Schön erforscht. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommt jetzt gleich noch was. Gut. Das werden wir aber in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich schon mal fürs Zugucken und sage, bis gleich. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen.